In der Fabrik von Tianjin mit Sumi Electronics in Tianjin, China, sind meistens 3000 Mitarbeiter vor Ort. Doch seit Dienstag wird hier nicht mehr gearbeitet. Die Elektronikfabrik gehört Japanern, die Arbeiter streiken. Auf dem Schild, das ans Eingangstor der Fabrik gestellt wurde, steht, wir wollen eine Lohnerhöhung, wir wollen faire Behandlung. Dieser Streik folgt Streiks in anderen Fabriken ausländischer Eigentümer in China, einschließlich Fabriken, die von Honda und Toyota betrieben werden. Die Arbeiter fordern höhere Löhne und bessere Bedingungen. Diese Streikflut könnte bei der herrschenden kommunistischen Partei Chinas Besorgnis hervorrufen. Denn diese fürchtet öffentlichen Unmut, der ihre Autorität unter Graben und ausländische Investoren beunruhigen könnte.